Vor zehn Jahren hat Europa eine neue gemeinsame Währung eingeführt, den Euro. Als wesentlich stabiler hat sich allerdings eine andere Währung gezeigt, die wir hier in der Schweiz eingeführt haben. Eine, die nicht einen konkreten Wert hat, sondern die viel mehr gedacht ist als Wertschätzung der Schweizerinnen und Schweizer, nämlich den Swiss Awards. Es wurde gefeiert, gesungen, geehrt und gelacht. Wer Großes leistet, der bekommt ihn, den Swiss Award. Die Verleihung im Hallenstadion ist das Fernsehhighlight des Jahres und feiert mit der heutigen Show den 10. Geburtstag. Und sie war von Anfang an dabei, Gastgeberin und Moderatorin Sandra Studer. Un caro saluto. Herzlich willkommen. C'est notre grande soirée. Et à tous bien divertiment. 49 Swiss Awards wurden in diesen zehn Jahren vergeben. An Menschen, die uns begeistert und berührt haben. Ich danke allen, die mich gewählt haben. Merci, très très vivement. Danke vielmals. Danke schön. It made me feel very well. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich danke. Grossartige Künstler auf der Showbühne. Steve Lee und Gotthard. Laura Pausini. Take that. Oder Cecilia Bartoli. Zehn Persönlichkeiten wurden von den Zuschauern zum Schweizer des Jahres gewählt. Spitalgründer Beat Richner. Tennis-Star Roger Federer. Entwicklungshelferin Lutti Latrus. Formel-1-Chef Peter Sauber. Ex-Nazi-Coach Köbi Kuhn. Der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Herzchirurg René Prätr. Und die Haiti-Helfer Marianne Barthelmy und Rolf Maybach. Doch die grösste Ehre gilt den Gewinnern des Lifetime Awards. Standing Ovation für Swatch-Gründer und Patron Nicolas G. Hayek. Für Kunstmaler Hans Ernie. Genauso wie für Radlegende Ferdi Kübler. Und Kabarettist Emil Steinberger. Das war die Lage.